Hallo erstmal, mein Name ist Gazi Weiters, ich bin 28 Jahre alt und arbeite zurzeit als Maschinenanlagenführer bei der Allianz. Ich habe meine Ausbildung im Jahre 2018 erfolgreich absolviert und mache neben meiner beruflichen Tätigkeit noch eine Weiterbildung als Industriemeister im Print. Was mich persönlich an meinem Beruf begeistert, sind die ganz großen Anlagen, unsere Kuvertiersysteme und unsere Drucker. Es werden täglich hunderttausende von Briefe verarbeitet und an unsere Kunden weitergeschickt. Das wäre natürlich ohne dieses faszinierende Team nicht möglich. Meine Kollegen spielen in meiner beruflichen Tätigkeit eine sehr große Rolle. Also der Gazi arbeitet an Anlagen, hat mit überdimensional großen Anlagen zu tun, die jeden Tag hunderttausende von Briefe verschicken oder beziehungsweise produzieren, die das Haus verlassen. Arbeitet teilweise auch mit Drucksystemen und verbringt wirklich viel Zeit mit seinen Kollegen. In der Arbeit zumindest. Also mit dem Arbeitsvolumen komme ich eigentlich super klar. Wir haben unsere Terminjobs, die wir täglich verarbeiten. Wir haben alle vier Wochen unsere Aktionen, die wir starten und sehen zu, dass die Briefe bei unseren Kunden ankommen. Datenschutz spielt bei uns natürlich eine ganz große Rolle, weil keiner will, dass eine Versicherungspolizei bei einem anderen Kunden ankommt.